Wir fangen spontan zwei ein. Das eine ist, dass ich glaube ich noch kennengelernt habe, in der ersten Stunde im Unterricht, dass er kam bei mir rein und wir waren irgendwie viel zu gut auf, weil ich es noch wieder war. Und dann stand er da und er kam mit sich im Herz anfallen. Also er fiel zu den Boden und zuckte. Das ist jetzt los, er fährt nicht am Boden. Und er stand da auf. Okay, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit wieder. Er war wieder unterrichtend. Dann hat er sich uns vorgestellt. Das waren wir schon mal sympathisch gemacht. Und dann hat er die größte Geschichte in meiner Facharbeit zum Thema Literaturverfilmung gemacht. Und er hat doppelte Packungen verpasst, weil ich sollte mit ihm die Geschichte buchen über das Buch. Also eins allein hätte schon gereicht, der Einfluss der Beides war. Da habe ich auch ordentlich recherchiert, habe mir ein bisschen geholfen. Karol war noch zum bestimmten Punkt. Und dann meinte er, ja, weißt du was, ich kenne einen Experten, den Adolf Kappel. Da gehst du mal hin und machst mit ihm ein Interview, weil er weiß gar nicht zu denken. Und dann habe ich mir die Adresse genannt. Und dann habe ich ihm angemacht und Termin vereinbart. Und ich gehe da hin und ich mache mir Richard Ziembürger auf.